Nicht vergessen, immer schön das Video liken, kommentieren und Marvins Kanal abonnieren. Ah, 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 ah. Yo Freunde der gepflegten Unterhaltung und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir befinden uns heute auf der Website explore.org. Ist jetzt eigentlich gar nicht so episch, wie ich es gesagt habe. Auf dieser Website gibt es verschiedene Livestreams von Katzenlivestream bis irgendwie nach Afrika, keine Ahnung. Da schauen wir uns heute ein bisschen um und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ist schon süß. Ich habe ja gesagt, von Katzenlivestreams ist alles dabei und so süß einfach. Oh mein Gott. Ich glaube, da wird sich Bonnie auch richtig wohl fühlen. Den anderen Katzen wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen, weil Bonnie, na, ist glaube ich eher so Einzelgängerin. Aber unfassbar süß. Sie sind es zwei. Ich glaube, hier oben chillen zwei, weil hier sind ja auch noch Ohren. Aber der ist so richtig Boss, der chillt hier oben sein Leben. Oh, die guckt euch das an. So süß. Oh mein Gott. No, wie süß. Von den Katzen zum Wasser, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir hier sehr viele verschiedene Livestreams. Und es ist unglaublich heftig, die Technik heutzutage. Wir können überall hin, wo wir wollen. Live-Kameras gibt es da. Live-Übertragung mit Ton. Unglaublich heftig. Zu jeder Zeit. Und wenn ich es bewerten müsste, würde ich jetzt, glaube ich, am liebsten hier hin. Da sehe ich mich so ein bisschen am Stein hier. Unfassbar schön einfach. Unfassbar schön. Da jetzt mit der Drohne langfliegen. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt nach Afrika, meine Damen und Herren. Und hier können wir auch ganz viele verschiedene Tiere auswählen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier zu den Affen. Zu meinen Artgenossen. Und mal gucken, was uns da erwartet. Und oh mein Gott. Hey, das ist krank. Schaut euch die Qualität an. Einfach live jetzt beim Affen. Der chillt ja in der Sonne sein Leben. Oder ist doch, das ist doch jetzt live. Ey, das ist, what the fuck. Das Ding ist, ich habe letztens immer die Tage erst eine Doku über Affen gesehen. Dass die dann teilweise irgendwie verkauft werden und voll schlecht mit ihnen umgegangen. Und es werden teilweise irgendwie zehn Affen getötet, damit die ans Baby kommen. Richtig grausam, richtig schlimm. Und boah, so süß. So süß einfach. Kamera muss ein bisschen weiter nach oben. Ja, noch ein bisschen. Perfekt. Das ist ein bisschen zu weit oben. Der Brett chillt sein Leben. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit tatsächlich mit mir. Hier ist zappenduster. Hier ist nichts mehr los. Die schlafen alle schon. Gutes Stichwort. Das sollte ich eigentlich auch mal machen. Es ist schon 20 Uhr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie süß. Schaut euch die an, Freunde. Oh mein Gott. Die würde ich ja alle kaufen. So süß. Die würde ich alle direkt zu mir nehmen. Direkt in mein Zimmer. Die würden sich richtig gut mit Bonnie verstehen. Oh, so unfassbar süß. Oh mein Gott. Oh, Hunde sind auch so, so tolle Tiere. Oh, wie süß. Guck mal, die kuscheln hier sehr hinten. Unfassbar süß. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Weiß ich nicht, Digga, ob das sein muss. Halsmaul. Das ist mit einer der besten Websites, die ich je hatte irgendwie. Das ist jetzt gerade in Afrika. Ne, in China ist das. Sorry, in China ist das jetzt. Unfassbar süß. Oh mein Gott. Was? Ey, original ich. Original ich, wenn ich von der Schule komme. Ey, der ist ja gerade so süß reingefallen. Oh mein Gott. Oh, mit seinen zwei Babys da. Oh, so süß. So, so süß. Oh, die, oh, Freunde. Ey, geht's nur mir so oder seht ihr das nicht so? Seid ihr überhaupt noch dran? Aber schaut euch das mal an. Die kümmert sich so süß um die Babys und das ist so ein perfektes Leben. Ähm, klar, die sind jetzt, das ist jetzt nicht freie Natur oder so. Aber denen geht's, glaube ich, so gut. So, so süß einfach. Und oh mein Gott, die Steinwarnen sehen so ein bisschen aus wie meine. Lol. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Im nächsten Leben will ich ein Tier werden. Ey, die erinnert mich so ein bisschen an eine Freundin. Jennifer heißt, die Grüße gehen raus an dich. Die erinnert mich so ein bisschen an dich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dicker. Da schwimmt einfach mein Essen. Kommen wir schon wieder zum letzten Stream für heute, meine Damen und Herren. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Das Ganze ist in den USA. In Florida. Das ganze Coronavirus hat so angefangen. Weil irgendwelche Leute auf die Idee kamen, die Tiere einfach zu essen. Richtig, wir sind bei den Fledermäusen. Und, ähm, klar. Ich hab, äh, Fledermäuse schon mal live gesehen. Und, ähm, aber so von nahem, beim Helden, müsst ihr ehrlich sein, ist das unglaublich heftig. Fledermäuse werden, glaube ich, auch viel zu unterschätzt. Die können einfach hängen. Fliegen einfach in der Nacht rum. Und einfach ultra-op. So, gefühlt viel zu op, die Tiere. Aber, saue, heftig einfach. Sieht auch irgendwie voll krass besonders aus. So mit ihren Flügeln. Einfach besser als Vögel. Also, passiert jetzt noch was? Ich dachte, es passiert mir irgendwas Spannendes vor der Kamera. Dass sich irgendwelche Tiere boxen. Irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwie. Also. Sieht jetzt anscheinend nicht so aus. Ich würde sagen, wir lassen die Tiere in Ruhe, meine Damen und Herren. Falls ihr das ganze Video gefallen habt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann abonniert meinen Kanal. Falls ihr noch kein Teil von Team Marfrey hat. Ähm, auf welche Webseiten habt ihr noch so Bock? Oder auf welche Spiele? Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auch drei Leute. Ciao. Alter, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Kamera im Zimmer hängen. Und jeder Volltrottel kann einfach euch zugucken, wann er will. Voll komisch irgendwie.